So, moin, jetzt kommt es zu Let's Play King of Mars Recoded. Jum, letztes Mal haben wir, verdammt, ich wurde erwischt, haben wir ein paar Wörter gesucht weiterhin und haben zwei Anomalien, glaube ich, erledigt und ja, haben in den Garten eine Königin. Und ich glaube, dass wir soweit hier und soweit durch sind jetzt. Ich muss besser aufpassen. Ich glaube, wir haben echt alles gesehen jetzt hier. Ich glaube nicht, dass es irgendwas hier noch gibt, was wir nicht gesehen haben. Das ist halt die Frage, ich würde gerne da rechts auch nochmal hin. Läuft er jetzt hier dran vorbei? Ja? Nein? Ja? Dann laufe ich dann nämlich ganz rein. Oh Gott, ich muss bei mir, ne? Und dann lassen wir mich erwischen, denn soweit sind wir durch hier. Dann werden wir mit Alice einmal reden. Nullchip, okay, ist okay. Okay, dann lassen wir uns jetzt erwischen und lassen ihn bringen und werden zur Königin gehen, weil mehr können wir eh anscheinend eh nicht mehr machen, ne? Ja, soweit ich mich erinnern kann, haben wir alles gesehen jetzt. Toll, das war dumm. Ich dachte, der schickt uns ganz zurück. Nein, der tut es nicht. Na, komm on, warum gehst du da? Du Pisskopf, ey. Du alter Pisskopf. Du alter Pisskopf. Ich würde auf jeden Fall hoffen, dass wir in diesem Part endlich mal diese Welt abschließen. Das wäre schön. Das heißt, ich laufe jetzt hier lang mal. Mal laufen wir hier lang. Im Prinzip können wir auch hier durchgehen. Das ist scheißegal, wo wir lang gehen. Ob wir jetzt durch das Heim gehen oder ob wir jetzt einen anderen Weg gehen. Das ist Banane, würde ich sagen. Ich werde aber jetzt nicht gegen die Herzlosen kämpfen, weil das ist mir eindeutig zu anstrengen, Gott. Und ich bin faul. Irrfade. Nein, jetzt bin ich hier wieder. Okay, ich habe mich verlaufen. Muss ich jetzt tatsächlich... Lichtung. Aber nee, wir sind wieder zurück. Okay, alles gut. Nee, 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 alles gut. Hallo Alice, wir sind wieder da. Kannst du meinen Gedächtnissen auf die Springer helfen? Aber sicher. Und was hast du rausgefunden? Ich war auf einer Wiese, glaube ich. Und dann sah ich jemanden, dem ich folgte. Vielleicht den weißen Kaninchen? Richtig, ich habe ein weißes Kaninchen verfolgt. Das Kaninchen ist ziemlich eilig zu haben. Ich folgte ihm in einen Tunnel und es fiel etwas... Es fiel etwas... In etwas... In ein... Keks? Nein, keine Ahnung. In ein... Spiegel? Wo ist der Spiegel jetzt? Nein, das war es nicht. Irgendwas gefallen. Was zur Hölle? Weiß ich doch nicht. Herzlose? Nein, ist unlogisch. Geburtstag? Nein, auch nicht. Unlogisch. Es fehlen noch zwei Wörter. Das ist unlogisch. Ah, ich kann mich wieder ändern. Das Schlüsselloch ist hier. Hey, nicht zu schnell. Ah! Herzlose bestimmt wieder was auf. Würde mich nicht wundern. Hi. Sag ich doch. Eis. Versiege alle Herzlose. So. Blitzerer. Eis. Immer schön angreifen. So, Attackers. So, dann mache ich euch jetzt. Komm, alle fertig. Hier ist es. Das war's. Gut, das war's. Haben euch alle besiegt. Es tut mir leid. Ich komme doch nicht drauf. Vermutlich habe ich eher etwas falsch gesagt. Bis die Vergesslichkeit vergessen. Zwei Wörter noch sind zu ermessen. Für manche Deckanschlüsse bedarf es gewisse Ströße. Warte mal. Such weitere Erinnerungswörter. Ich glaube... Können wir jetzt endlich mal hier durch, oder was? Mal durch hier. Da bin ich durch. Okay. Ähm. Ich glaube tatsächlich, dass wir den Raum wieder müssen. Das ist eine Ehepfade. Also in den Raum, wo wir hier... Na, sprech dich aus. Na, wo wir den Stelzenmager besiegt hatten. Da müssen wir hin. Das heißt, wir müssen nach oben. Sonst kommen wir da nicht hin. Oh Gott. Wir müssen jetzt wieder zurücklaufen. Ey. Wie behindert. Wir müssen wieder hin und her laufen. Wir müssen immer noch zwei Wörter sein. Das kann nicht sein, dass wir irgendwas vergessen haben. Wir haben echt alles dann angeguckt. Deswegen muss hier irgendwas sein. Was wir eigentlich nicht übersehen haben. Ich habe keinen Plan, was. Deswegen müssen wir jetzt nochmal nachschauen. Jetzt habe ich nicht getroffen. Das ist natürlich super praktisch. Wow. Der spricht ja einfach über mich. Ich glaube das nicht. So. Tschüss. Geht mal weg hier. Ich muss mal kurz hier hoch. Auf jeden Fall ist hier noch was. Weil mit Eimer ist der Block da. So. Jetzt haben wir Vertikowurf. Also hier ist definitiv noch was. Ich glaube schon. Aber jetzt auch... Das Ding hier macht mich ein bisschen verrückt. Warum? Hm. Was ist das für ein Selbstwertürknauf? Was veranstaltest du hier so einen Lärm? Boah. Kann sprechen. Will man nicht am Mittagstiefel machen? Und schluss kippt die ganze Welt auf die Seite. Und, und, Ding ist das. Du siehst dich besser vor. An diesem Ort kommt es räumliche Verzehrung. Ob das da auch an dem Back liegt? Keine Sorge. Ich will die eine mal lieber heben. Okay. Wir müssen auch nochmal die wieder heben. Okay. Mal wieder. Hier direkt oder was? Ich wollte gerade sagen. Das ist jetzt nicht mehr gut. Wenn das direkt hier wäre. Wir müssen jetzt mal gucken, wo das ist. Wir sind herzlos. Das ist natürlich toll, dass wir mit herzlos rumlaufen. Nervig vor allen Dingen ist das auch. Mensch, das geht mich auf den Senkel. Geht sterben. Danke. Ich muss auch nur schauen, wo die sind hier. Wo der Back ist. Das wird auch nicht schneller. Das wird nicht schneller. Ich habe keinen Plan, wo das ist jetzt gerade. Ist es da oben irgendwo, oder? Auf dem Tisch vielleicht? Ich muss kurz mal da hoch. Ja, wir kommen da anscheinend näher. Das wird schneller. Alter, hier ist das. Da ist was, da ist was, da ist was. Hier hinter. Ja, lass mich nochmal kurz hin. Da oben ist was. Ja, das ist ein Gegner. Kann das sein? Ich bin dumm. Das war der Gegner. Und das war der Block, der da war. Ich komme jetzt gerade nicht darauf klar, wo das ist gerade. Ich muss kurz warten und überlegen. Mal kurz heilen, weil das nervt mich gerade ein bisschen, dass wir nicht geheilt waren. Oh, come on, Sora. Ist das dein scheiß Ernst? Gerade eben bist du auch da hoch gekommen. Erzähl mal nicht jetzt scheiß, dass du da hochkommst. Leute, Sora, bist ein Arsch. Lass das jetzt. Mein Gott, ist das dein scheiß... Ist das dein Ernst? Okay, das war schlecht. Wir waren schon genau davor, ey. Okay, das war schlecht. Ich gebe es zu, es war echt schlecht. Wir standen genau davor. Leute, wie reue ich dich, ey. Magst du mal 14 Treffer einstecken? Das könnte so knicken. Das werde ich nicht gut schaffen. Ich traue mich nicht. Ich glaube, das schaffe ich nicht. Dafür kämpfe ich viel zu risikoreich. Das ist das Problem. Das ist das große Problem. Ich kämpfe dafür viel zu risikoreich. Auf jeden Fall ist der Gegner gerade schon irgendwo. Nein, da. Okay, ich sehe ihn. So. Jetzt kann mir erst mal gut ein Treffer. So, komm her, ja. So, den haben wir. Okay, ich wollte gerade sagen, die Gegner sind hier eigentlich noch. Alter, da sind zwei Stipps in das, ne? Kann das sein? So, tschüss. Noch mal, liebe Terminal entdeckt. Terminal entdeckt, so, meine ich. Kurz mal schauen, aber hier ist auch nichts. Ne, kann das sein? Ich werde es auch nicht... Ja, wir gucken mal noch ein bisschen rum, ja. Weil ich will jetzt gerne mal schauen, was hier noch ist. Ich werde nicht ein paar SP sammeln auch noch. Wie viele Ebenen sind das jetzt dieses Mal? Ich sehe das nicht. Eine Ebene. Okay, dann haben wir tatsächlich direkt gleich schon geschafft. Das ist gut. Das heißt, wir können wirklich ganz ruhig alles durchgucken. Einmal. Hä, wir haben das doch tatsächlich geschafft. Tolle Sache. Hätte ich das gewusst, hätte ich das wirklich so gemacht. Verdammte Scheiße. Wunschgestellen gelevelt. Neue Taktfähigkeit. Kurz mal schauen, welche denn. Wir haben ja noch ein Treffer. Ja. Wahrscheinlich sterbe ich jetzt. Äh, sterbe ich nicht. Wahrscheinlich verkack ich das jetzt. Alter! Mein Gott! Willst du mich jetzt gerade verarschen oder was? So, haben wir. Wie mehr das gerade auf die Senkel gegangen ist. Ja, ich will den jetzt nicht anwesend. Ich will kurz mal hier schauen, was hier ist. Mein Gott, ist das nervig gerade, ey. Okay, hier ist noch was. Heiltrank. Okay, jetzt habe ich da nämlich daneben gejumpt, die Idiote, ey. Kurz warten. Da, 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 da. Okay, und hopp. Okay, haben wir. Huge, haben wir. Dann werden wir jetzt das auch verlassen, hier. Ich habe ja keine Lust, abgehen, hier oben zu campen. Nur um zu schauen, was hier noch ist, gehen wir jetzt alles hier anschauen. Und dann gehen wir weiter. Dann gehen wir weiter. Vielleicht werden wir ja nicht mal Wunderland immer. Nächster Raum. Nächster Raum. Gott, sind wir hier. Hier ist aber auch nur ein paar Items. Okay, gehen wir weiter zurück. Ein paar von den Kugeln von der SP. Deswegen ist es scheißegal jetzt gerade. Hier ist irgendwo ein Schattenloch. Ist mir egal, ich will Ebene verlassen. Tschüss. So, geschafft. Wow. Abwehrreif, Erdebaggern. Brauchen wir sogar tatsächlich einmal. WP. Tauschen wir beide einmal ein. Jetzt haben wir gerade nur noch 300. Das heißt, wir können das Ding nicht holen. Abwehrreif, egal. Macht nichts. Das macht absolut gar nichts. So, also Türknopf. Eindlich wieder Ruhe. Also dann, gute Nacht. Herr Knauf. Das 15. Wort. Suche weitere Erinnerungswörter. Das ist halt die Frage, wo kann noch was sein? Irgendwo muss hier noch was sein. Aber ich habe keinen Plan, wo gerade. Wahrscheinlich wird ja auch noch eine Anomalie sein, dann. Würde mich nicht wundern. Okay, jetzt kommt er hier. So, zack. Tschüss, Klappersoldat. So, ist das nervig, wenn wir so tausend Herzens rumgucken. So, such zwei... Es steht auch nicht genau, wo wir suchen sollen. Deswegen würde ich sagen, dass es tatsächlich hier irgendwo ist. Aber hier können die Dreck nicht weiter trinken. Keine Ahnung, ehrlich nicht. Hier ist auch nichts. Ah! Mein Gott, Digga! Wir haben alles Knie wieder. So, haben wir. Leute, wollt ihr mich nerven, oder was? Danke. Geht sterben. Lass mich in Ruhe, ey. So, hier noch was. Nein, da ist auch nicht weiter. Mein Gott, was wollt ihr denn von mir? Wollen wir mich nerven, oder was? Hey, Alter. Hier ist auch nichts. Geht so schnell anscheinend. Hoppala. Hier ist noch was drin zu übertragen. Hier ist nichts mehr. Kann das sein? Hier ist echt nichts mehr. Ich hab keinen Plan, ehrlich nicht. Ich verstehe aber auch nicht, dass wir unbedingt jetzt da suchen müssen. Deswegen gehen wir jetzt hier zurück einmal. Und schauen wir nochmal überall um. Und hier können wir immer noch nicht lang, ne? Nein, Zutritt ist verboten. Das ist im Herztribunal. Was sagt sie denn, ja? Warte mal. Probieren wir es nochmal. Weißes Kaninchen, wissen wir. Nein, jetzt hab ich mich verklickt, ey. Nein, ich hab mich verklickt. Wo ist das nächste Wort? Herr Knauf. Warte mal. Was, was, was hab ich gerade eben geantwortet? Das soll ich ja gar nicht mehr, ey. Ich weiß. Herzlose. Schon wieder. Warum? Warum sind wir da? Was geht? Ich hab heute gar nicht mal schon besiegt. Wollt ihr mich verarschen oder was? Das Spiel ärgert mich gerade. So. So, weiter. So, tschüss. Mein Gott, ist das nervig. So. Nervig doch nicht jetzt, ey. So, jetzt bin ich mal einen Schritt voraus. Bald ist es wieder so wie so vor. Wer dich nennt, alle Fischhobbesserdach im Hain. Okay, im Hain ist noch einer anscheinend. Ja, gut, er sagte mir. Gut, ich hab vorhin noch nie mit dem Knauf gesprochen. Das stimmt schon. Ähm, da wir ja einfach weitergegangen sind. Ich gucke kurz mal schon, auf welche Richtung das war. Ja, fade. What the fuck, wo war das denn jetzt? Ich hab keinen Plan mehr, wo das war. Eckenlabyrinth. Ich bin irritiert. Ich bin irritiert. Warte mal. Ne, es muss ja da sein, ne? Rosengarten. Ah, jetzt sind wir wieder hier. Ne, das kann es überhaupt nicht sein. Da haben wir auch tausend Wörter. Oh, ich hau gerade alles um hier, ey. Okay, das kann jetzt nur ein Hakenlabyrinth. Ne, das war auch nicht da. Das war auf dem anderen Ding. Das war auf dem Teil, wo ich ja durchgelaufen bin. Also auf der Seite hier. Irrefahrt. So. Ja, es tut mir leid, dass ich übelst lange brauche dafür. Aber ich hab echt keinen Plan mehr, wo das war alles. Lohnt es sein. Da muss ja auch noch irgendwo was sein. Da muss ja auch noch irgendwas sein, ne? Echt? Ich hab keinen Plan was. Da hab ich einfach übersehen, dass ich nicht bezweifeln will. Ich will nur kurz hier hoch, weil ich meine kurz meine Ruhe haben will. So. Vielleicht nur mal kurz hier lang. Hier kamen wir, ne? Von Rosengarten, genau. Ich hab das Gefühl, dass irgendwas super offensichtlich ist, ey. Wenn du kein Plan warst. Ich komm noch nicht drauf. Vielleicht komm ich bis gleich drauf. Nee, ich will erstmal kurz die Alu-Wand mehr zerstören, weil die nerven mich gerade ein bisschen so. Kann man doch reinjumpen da unten? Nee, kann man nicht, ne? Ich glaub, ich werd tatsächlich jeden Block einmal entfernen, ja? Das Spiel auch noch anzulenken. Mal so'n logisch, dass hier ein Splitt. So. So, hier ist aber nichts. So ne Scheiß. Wo ist denn hier was? Ich hab keinen Plan was gemeint. Das ist ehrlich nicht. So, Blitzra. Die Antwort bliebt noch. Das ist natürlich jetzt super. Jetzt stirbt doch. Mann. Danke. Ah, ich hab keinen Plan, wo wir was gesehen haben können. Dadurch glaub schon. Ich hab's, glaub ich, gesehen gerade, oder? Mein Gott, jetzt nervt doch nicht alle rum hier. Alter, wollt ihr mich verarschen, oder was? Da ist es wo? Ich glaub's nicht, ey. Wir haben alles. Seltsames Loch. Wir haben alle 16 Wörter. Ich glaub's nicht, ey. Alter, wie unnötig. Wir waren hier auch schon mal, ey. Okay, wir haben alles. Das heißt, wir können tatsächlich bis zum nächsten Part alles abgeben. Und dann wahrscheinlich den Bosskampf haben. Unglaublich, oder? So. Hallo, ey. Ups, das sollte ich nicht. So. Was ist das Kaninchen? Wo ist das Loch denn jetzt? Seltsames Loch. Ja, stimmt. Und dann kam noch... Irgendwann bin ich hier gelandet. Dann hab ich jemanden... Einen Karnsoldat. Das war's nicht. Okay. Tigerkatze. Ja, richtig. Was für eine komische Katze. Sie hat mich zum Tribunal von jemandem geschickt. Zur Herzkönigin. Stimmt, das Tribunal der Herzkönigin war's. Und da hab ich auch das Schlüsselloch gesehen. Was meinst du? Sollen wir uns das mal anschauen? Oder fehlen uns noch weitere Erinnerungen? Lass uns aufbrechen. Lass uns aufbrechen. Wir haben alle 16 Stück. Deswegen sollte es klappen. Wir haben hier etwas verledigt. Lass uns passieren. Das kann ich nicht. Die Königin selbst hat das verboten. Eben jene Königin hat uns rufen lassen. Sie wird sich gerade erfreut sein, wenn sie hört, dass du uns hier abgewiesen hast. Wie bitte? Die Königin? In der Tat. Sie soll ja nicht gerade sehr nachsichtig sein. Zu befehlen. Wie böse, ey. Die Königin hat uns hier gerufen lassen, Alice. Hast du wirklich geglaubt? Los gehen wir. Böses Mädchen. Böse, böse, böse. Oh, da ist er wieder. Die Wahrheit liegt jenseits das Schlüsselloch. Zusammen mit wahren Erinnerungen. Hallo, Herzkönigin. Na, Whisky. Was habt ihr zwei hier verloren? Wir suchen doch bloß etwas. Dauert auch nicht lange. Jetzt aber langt es doch mal, Kleine. Nicht nur du... Nicht nur dringst du unerlaubt in fremde Gärten ein, sondern führst dich gleich noch zu Hause auf. Was für ein unverschämtes Mädchen. Entschuldige bitte. Die Sache eilt nur sehr. Sehr verdächtig, sehr verdächtig. Also gut, euch wird jetzt der Prozess gemacht. Was? So wartet doch, wir haben nichts getan. Unwissenheit vorzuschützen nützt euch gar nichts. Euer Vergehen liegt auf der Hand. Ihr habt meine Erinnerung gestohlen. Damit haben wir gar nichts zu tun. Das liegt alles an dem Bug. Ihr wisst also davon. Ihr seid zweifellos schuldig. Wie bitte? Wo sind die Beweise? Die Beweislage ist eindeutig. Ich habe euch für schuldig befunden. Völlig absurd. Macht sie einen Kopf kürzer. Okay. Wir müssen fliehen, Sora. Alice, das Schlüsselloch. Erinnerst du dich noch, wo es etwa war? Schau da drüben, in dem Vogelkäfig. Alice, klar. Was hast du vor, Sora? Ich muss zu diesem Schlüsselloch. Und dies könnte mein einziges Schock sein. Keine Sorge, ich bring dich lieber in Sicherheit. Aber, mir passiert schon nichts. Ist gut, aber lass dich nicht von ihnen fangen. Es gibt kein Entkommen. Wachen ergreift ihn. Habe ich jetzt gegen die Herzsoldaten kämpft, oder was? Ich glaube schon. Jochen, als ob ich da nicht rüber springen kann, ey. Ernsthaft? Wie lange ist das Schlüsselloch? Okay. Das Ding ist... Achso, okay. Okay, warte mal. Ich muss kurz mal schauen. So kommen wir da also nicht ran. Da muss ich wahrscheinlich das Ding irgendwie drehen, oder? Kann das sein? Ich weiß es echt nicht mehr. Okay. So. Hey, so kann ich dich hier runterlassen. Wenn ich bis auf die Erde komme, sollte ich ja zum Schlüsselloch gelangen. Okay, weiter, 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 weiter. Damit wäre die Winde erledigt. Okay. So, wir werden auf die andere Seite kurz machen. Und weiter, 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 weiter. So, haben wir. Geschafft. Der Käfig ist unten. So, Leute. Ich werde den Part aber an dieser Stelle beenden. Ja, ich weiß. Ich bin böse. Kleiner Cliffhanger. Und im nächsten Part gehen wir dann gucken, was es in dem Käfig bringt. Denn bis zum nächsten Mal. Und ciao.